Das ist der zweite Mann geboren, mit der Schachtel Wunschstifte. Der eine kriegt eine Pappung mit 8 Stiften, der andere eine mit 16. Aber entscheidend ist, was ihr mit den Wunschstiften anstellt, mit den Farben, die euch zur Verfügung stehen. Und schert euch einen Teufel und irgendwelche Linien. Halt einfach drüber weg, lasst euch nicht davon beirren, versteht ihr? Heutzutage ist das Leben wie ein Zug, der vorbeirauscht. Halt ihn fest, hör nicht immer auf den Rest. Hör auf deine Stimme, sag dir, wo es lang geht, aus deinem Inneren. Bleib dir immer treu, dieses Leben ist dein, dieses Leben ist ein Segen. Geh darauf ein, jeder braucht ein Ziel, um nicht stehen zu bleiben. Die Stimme spricht zu dir, um den Weg zu weisen. Lass dich nicht blenden, bleib auf deiner Fährte. Vieles ist vergänglich, doch am Ende bleiben deine Werte. Die sind in deinem Inneren versteckt, nicht das Geld, sondern sie verschaffen dir den Respekt. Wir sind frei wie das Meer, unbegrenzt. Wir sind nicht ans Westland gebunden. Wir dürfen uns einfach nicht entmenschlichen lassen. Was man gibt, kommt auch irgendwann wieder zurück. Wie ein Echo, ich wünsche dir Liebe und Glück. Liebe und Glück, Gesundheit auf deinem Weg. Gott hat sie gemacht, doch es bist du, der die Weichen legt. Folge deinem Herzen, finde zu dir selbst. Und du gehst zufriedener durch die Welt. Du erhältst das Glück, nur wenn du es erkennst. Wach auf, es ist eine Zeit, die du sonst verschwindest. Manchmal kommt man ab von dem richtigen Weg. Vieles blendet ein, dass man nicht mehr das Richtige sieht. Richte dein Ziel neu aus und kehr zurück. Such danach und du findest in deinem Herzen Glück. Du musst kensisch essen, das Ergebnis glaubt. Du musst alles tun, um es umzusetzen. Glaubt! Wir sind frei wie das Meer, unbegrenzt. Wir sind nicht ans Westland gebunden. Wir dürfen uns einfach nicht entmenschlichen lassen. Was in der Welt geschieht. Also nicht beunruhigst das System. Und die Kontrollmechanismen beunruhigen mich. All diejenigen, die mein Leben kontrolliert. Und diejenigen, die sogar noch mehr versuchten. Ich will meine Freiheit, ja genau das will ich. Und das solltet ihr auch wollen. Unsicherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherich wasichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericher mafiaichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericher Vielen Dank.